Schließt man die Augen, hört man einen ganzen Chor. Schaut man dann auf die Bühne, sieht man dort nur einen Mann, den Ostschweizer Stimmkünstler Martin O. Mit feinsinnigem Witz singt er sich durch sein Repertoire, wird von der Nachtigall zum Tenor und begeistert das Publikum mit ganz schrägen Tönen. Samira Matta hat ihm das Mikrofon hingehalten. Da zwitschert, pfeift und trillert er. Draussen, in der Kälte, mitten im Tockenburg. Martin O. ist Stimmkünstler oder vielmehr Stimmakrobat. Ich singe viel, es ist viel Musik drin. Ich unterhalte während zwei Stunden das Publikum, sodass ich den Alltag vergessen. Das Rössli in Mogelsberg. Die Festbeleuchtung ist an, das Säli geheizt, das Konzert von Martin O. ausverkauft. Das Publikum staunt. Auf der Bühne steht nur Martin O. und sein Aufnahmegerät. In diesem Programm, in dem aktuellen Programm, arbeite ich mit einem Live-Sampler, wo ich mich aufnehme und dann live laufen lasse, gerade aufgenommen laufen lasse und drüber singe. Aus mir gibt es eigentlich einen Korn. Kulturbörse Freiburg. Von Afrika nach Freiburg. Jedes Jahr findet in Freiburg im Preisgau die internationale Kulturbörse statt. Hier präsentieren über 350 Aussteller alles, was der Kulturbereich zu bieten hat. Damit Martin O. überhaupt zu Auftritten kommt, muss er u.a. an solchen Messen präsent sein. Er informiert sich über Trends und sucht neue Kontakte. Die Messe ist sehr wichtig für mich als Martin O. Da findet ein Verlauf statt. Da treffen sich die Veranstalter, die Künstler. Da wird geschäftet. An der Kulturmesse wird geschäftet. Es wird verhandelt. Es wird gebucht. Hier wird aber auch geblödelt, verulgt und eine Show abgezogen. Martin O. spielt auch auf deutschen Bühnen. Hier trifft er sich mit seinem Agenten, der ihm die Auftritte in Deutschland organisiert. Ausland ist wichtig. Da geht es v.a. um Deutschland. Internationale Konzerte und Sachen sind auch sehr wichtig oder interessant. Es wird langsam kommen. Momentan läuft der Markt für mich v.a. in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Von dem können Sie leben? Von dem kann ich leben. Momentan wird es immer besser. Also wie ein Banker? Nein, ich habe keine Boni. Ob Vogelstimme oder vorbeirasender Lastwagen. Martin O.'s Vielfalt begeistert das Publikum. Tschüssi. Ciao. Bei euch. Bei euch.